wir sind sowieso hinten geschwarnt ok dann lass uns vielleicht gleich Richtung Tanke oder welche Tanke? alte Tanke beziehungsweise hier dann das schwarzeigen ab von hinten einer kommt und guckt ob hier drin einer ist ja lieber vorsichtig ich bin die waren gleich zwei stück wo waren die? ja direkt an diese Zappsäulen aber haben sich zurückgezogen über einen nach dem anderen ruhig da läuft einer, warte einer down einer close down ist bestimmt einer hinter dem Tank oder so ich bin unter der Brücke jetzt und durch also einer war hier ganz nah der einen hast du getötet ja aber da wurde nämlich was ich bin jetzt komm jetzt auch runter auf jeden Fall hinter dem Container noch checken äh Container den Tank dann an 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 einer Hast du ein Tactical Rig? Black Brock hoffe ich. Manche, ja. Loll, markt hier gefunden. What? Im Skaff. Hahaha. Er packt gleich weg, Alter. Ja, ist schon safe, Alter. Du bist... In dem Loch, ja. Krank! Ah, die Rucksäcke von den Skaffs sind's halt einfach. Also ich werfe Richtung Brücke, gell? Ja, warte, ist schon zu mir. Wo bist du? Hier links von der Brücke. Okay, ja, ich werfe zu dir. Ja. Holy shit! Hahaha. Wow. War schön reingefuckt. Ja. Ich habe aber nicht gesehen, wo sie gelandet ist. Auf jeden Fall bin ich gut benabelt. Krass. Ja, aber es fett auf jeden Fall. Krass. Ja. Dann sage ich auf jeden Fall vielen Dank fürs rege Teilnehmen. Gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch, wenn ihr noch mehr so Aktionen haben möchtet. Jo, und dann viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.